Nachdenkseiten. Die kritische Website. Deutschland und Mitteleuropa werden auch dann auf unabsehbare Zeit in einem Zustand permanenter Kriegsnähe leben, wenn sich dagegen nicht endlich kraftvoller ziviler Widerstand regt. Machen wir uns klar, in welcher Situation wir Deutschen, nein, wir Europäer in West und Ost, uns und nicht erst seit gestern, wieder befinden. Wir finden uns längst nicht mehr nur in einem neuen kalten Krieg wieder. Allerspätestens seit dem 24. Februar 2022 tobt in der Mitte Europas auf dem Territorium der Ukraine ein offener, heißer Krieg. Ein blutiger Stellvertreterkrieg zwischen dem sogenannten kollektiven Westen, also USA, NATO, EU auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Wie auch immer dieser Krieg ausgehen mag, falls er nicht, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, noch unabsehbar ausufern sollte, es sieht alles danach aus, dass ein Ergebnis eine erneute Teilung unseres europäischen Kontinents sein wird, eine erneute Dauerkonfrontation zwischen Ost und West. Mit einer neuen Demarkationslinie, einer rund 1500 Kilometer nach Osten verschobenen sogenannten Berliner Mauer, die die Ukraine irgendwo von Norden nach Süden durchteilen wird. Die von der Bundesregierung und den USA im Alleingang beschlossene Nachrüstung 2.0, ob atomar oder konventionell, ist immer noch unklar, und die russischen Gegenmaßnahmen, die spätestens mit der Stationierung von Cruise-Missiles und Hyperschallraketen in Deutschland zwingend erfolgen werden, werden Deutschland und Mitteleuropa in einen alarmierenden Zustand permanenter Kriegsgefahr versetzt. Denn ab dann genügt ein Funke, um dieses Pulverfass absichtlich oder versehentlich zur Explosion zu bringen. In diesem Zustand permanenter Kriegsnähe, was für Deutschland und Mitteleuropa nichts anderes als permanente Vernichtungsnähe bedeuten würde, werden wir ab dann für unabsehbare Zeit leben müssen, wenn sich dagegen nicht endlich breiter Protest bis hin zum zivilen Widerstand bildet. Überfällig ist, mit anderen Worten, eine Friedensbewegung 2.0. Dazu könnte ein Blick zurück nach vorn in die 80er Jahre durchaus hilfreich sein. Die Friedensbewegung war damals keine straff organisierte Kaderpartei, sondern eine breite Koalition zahlloser selbstorganisierter Gruppen, die sich in einem Punkt einig waren. Keine Stationierung neuer Atomraketen in Westeuropa. Ihr Fernziel? Ein atomwaffenfreies Europa und die Überwindung der Machtblöcke. Es gab Berufsgruppen wie Ärzte, Juristen, Lehrer, Sportler, ja sogar Soldaten für den Frieden. Es gab Friedensgruppen im kirchlichen, im gewerkschaftlichen, im kulturellen und, heute fast undenkbar, im publizistischen Milieu. Es gab Gruppen von Alten wie Kriegsgeneration gegen Kriegsrüstung. Und es gab Gruppierungen von sogenannten unpolitischen Menschen, die einfach zutiefst geschockt waren, als ihnen bewusst wurde, dass sie bereits seit Jahren, ohne es bemerkt zu haben, in der unmittelbaren Nachbarschaft von Massenvernichtungsmitteln leben. Und es gab ein Zauberwort. Ökopax. Das Bewusstsein, dass der Kampf gegen die kriegerische und der Kampf gegen die sogenannte friedliche Zerstörung unseres Planeten sachlich nicht voneinander zu trennen sind, war allgemein gut. Und heute? Eine neue Friedensbewegung, so wie ich sie mir wünsche, eine breite Koalition der Vernunft, würde hier wieder anknüpfen. Sie würde versuchen, alle bereits existierenden Antikriegsaktivitäten lose zu bündeln. Sie würde, heute extrem wichtig, auf Augenhöhe und in wechselseitigem Respekt, den Dialog mit den Klimaschützern der jungen Generation suchen. Sie würde anstreben, sich zu internationalisieren nach dem Prinzip, alle Menschen, die ein sofortiges Ende des Krieges in der Ukraine und nachhaltige Deeskalation zwischen Westen und Russland wollen, sollten sich, ungeachtet aller anderen Differenzen, zusammenschließen. Und zwar nicht nur in die anderen Länder der Europäischen Union hinein, sondern bis in die Ukraine, nein, bis nach Russland. Sie würde die Bürger aller Länder dazu ermuntern, sich den neuen und alten Feindbildern zu verweigern und stattdessen die direkten Kontakte von Mensch zu Mensch auf sämtlichen Ebenen wieder aufzubauen und zu pflegen. Und sie würde, solange der Krieg dauert, die Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, also alle Menschen auf beiden Seiten der Front, die das Morden, das Zerstören nicht mitmachen wollen, mit offenen Armen empfangen. Sie würde schließlich über den blutigen Krieg in der Ukraine hinausdenken und sich auf der politischen Ebene für eine neue Entspannungspolitik, für einen Helsinki-Prozess 2.0, sprich für eine komplette Neujustierung der gesamten europäischen Sicherheitsstruktur unter gleichberechtigter Einbeziehung Russlands einsetzen. Für eine Friedensordnung, die den Kernsatz der Karte von Paris vom November 1990 wieder zu ihrem zentralen Dreh- und Angelpunkt macht. Sicherheit ist unteilbar und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der alle anderen verbunden. Und sie würde sich im Verbund mit Organisationen wie der 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten internationalen Kampagne ICAN, der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, oder den Ärzten gegen den Atomkrieg IPPNW für ein weltweites Verbot von Atomwaffen einsetzen. ICAN hat es nicht nur geschafft, dass mittlerweile 93 Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet und 69 Staaten ihn ratifiziert haben. Es arbeiten hier auch vergleichsweise viele bestens informierte junge Menschen mit. Im optimalen Fall könnte ICAN der ideale Katalysator für ein zeitgemäßes Ökopax, sprich für eine sachlich längst überfällige Annäherung von Klimaschutz und Friedensbewegung sein. Dass das alles keine Träume weltfremder Idealisten, naiver Gutmenschen oder nützlicher Idioten sein müssen, sondern dass dieser Druck von unten sogar die höchsten Ebenen der Politik erreichen und dort Wirkung zeitigen kann, das hat 2017 kein Geringerer als Mikhail Gorbatschow bestätigt. Zitat, ich erinnere mich gut an die lautstarke Stimme der Friedensbewegung gegen Krieg und Atomwaffen der 1980er Jahre. Diese Stimme wurde gehört. Zitat Ende. In diesem Sinne also. Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge übernommen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.